hallo hierbei ich kühle mich damit recht herzlich willkommen auf unserem rosen kanal zu einem kleinen plafen game und ich würde sagen one night at freddy's rework ich habe es ganz böse vor ich schon ein bisschen länger draußen das spiel aber ich habe es erst jetzt gesehen und ich schaue mal rein der vorbetöne noch ganz herzlichen dank an unsere unterstützer ohne die das hier gar nicht machen zu realisieren wäre vielen lieben dank dafür ja und es ist halt nur so groß ich kann es auch nicht ändern warum man da nicht die komplette breite ausgenutzt hat weiß ich nicht keine ahnung ich habe hier nur eine tür ich habe nur hier eine tür i only have one door aber so sieht es gar mal so uninteressant aus ich habe schon schlimmeres erwartet muss ich ehrlich sagen ich habe nur eine door allein habe ich keins die tür geht von alleine zu auf habe ich habe ich irgendeine flaschleine die natürlich nicht ich glaube da kommt einer hier rechts ist nix zum wissen mal ist die opus schön clean oh 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 who ist that yo war aber wieder ein bisschen zu lahmarschig Hehehe! What? It came over. Sorry. Ist schon peinlich, oder? Es ist halt gefährlich, die Schinger kommt danach. He-he-hello? Oh, muss ich noch warten, jetzt macht alles von der Leid. Wie gesagt, ist schon eine Weile draußen. Aber ich hab's damals übersehen, weil ich damals ja so ein Problem mit meinem Laptop oder mit meinem Netzteil hatte, ne? Darum war das noch nicht bei mir aufm Schirm. Und da ja im Moment nicht grad so allzu viel rauskommt, bin ich immer dankbar, wenn ich mal wieder so ein oder das andere aus vergangener Zeit finde, ne? Ihr wisst ja wie süß, ne? Lieber spät als nie. Sing! Sing a song for me! Nein, nein, nein. Dann müssen wir ja ein Wendchen abmachen, ja. Dann müssen wir ja ein Licht machen, ja. No one is coming to the... Wieso flackert da das Licht? Why? Wieso flackert das so? War das vorhin schon? War das vorhin schon? Dass das Licht so geflackert hat? War das vorhin schon so? Wieso weiß das nicht, ne? Wieso weiß das nicht, ne? Weiß nicht. Es soll nur ein One-Night-Game, ne? One-Night in Bangkok. And no one is coming. Oh. He's coming. Und Schicka hinterher. Etwas auf. Die Tür geht von alleine auf. Und jetzt kommt aber dann gleich Schicka hinterher. Ich habe dich. Ich habe dich. Ich habe dich, Baby. Aber ihr seht ja selber. Nicht hier das aller... Ist ein Mega-Highlight, aber jo. Why not? Wir haben ja nur noch 67% Power, aber macht ja nichts, ne? Und von alleine... Man muss halt warten, bis die Tür hochgeht, ne? Und jetzt kommt Schicka noch, oder? Ja, jetzt ist... Was soll ich sagen? Freunde, das war One-Night-and-Freddy's Reworked. Das war ja am Schluss jetzt ziemlich unfair, ne? Ich spuhl nichts dazu sagen, oder? Was meint ihr? Schreibt mir was in die Kommentare, oder? Wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Würde uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet würdet, auf unserem Roze-Kanal. Bitte, wir werben doch das Video. Schreibt mir was in die Kommentare. Aktive die Glocke. Und falls ihr noch einen Kanal habt, Köpfe drücken, press that button, to subscribe. Ansonsten, genießt ihr Leben, soweit es möglich ist. Habt Spaß. Schützt euch bitte. Bleibt gesund. Und habt eine schöne Weihnachtszeit. Und bis zum nächsten Mal. Wir sagen, Tschöne mit den Entwickligen Rots. Euer Roze. Thank you and goodbye. Stay healthy, my friends. And have a wonderful Christmas time. Good night. Bye bye.